Hallo, von mir jetzt also auch ein Heimvideo. Ich singe für euch von zu Hause. Die Schicksale und Geschichten, die mich in den letzten Tagen wohl am meisten beschäftigt haben und am meisten berührt haben, sind die von Menschen, die sich gerade nicht mehr sehen dürfen, nicht mehr sehen können. Wie zum Beispiel ein alter Mann, der seine Frau nicht mehr im Pflegeheim besuchen darf, obwohl er das vorher täglich gemacht hat. Menschen, die ihre Liebsten auf der Intensivstation nicht besuchen dürfen und nicht sehen können. Für alle die und natürlich auch für alle anderen passt dieser Song vielleicht ganz gut. Es macht mir gar nichts aus, wenn ich dich nicht sehen kann. Es macht mir gar nichts aus, deine Stimme nicht zu hören. Es macht mir gar nichts aus, wenn du mal nicht bei mir bist. Ich muss nur wissen, dass du mich liebst. Dann macht's mir gar nichts aus, deine Nähe nicht zu spüren. Es macht mir gar nichts aus, bist du weit entfernt von mir. Dann stört mich gar nichts mehr, gar nichts mehr im Leben. Ich muss nur wissen, nur wissen, dass du mich liebst. Ich hab keine Angst, dich zu verlieren. Es kann uns nichts passieren. Wir können uns verstehen, ohne uns zu sehen. Und schließe ich die Augen, bist du da? Deine Stimme mir so nah. Wenn ich mich mal verlier, find ich den Weg zurück zu dir. Ich hab keine Angst, dich zu verlieren. Es kann uns nichts passieren. Wir können uns verstehen, ohne uns zu sehen. Und schließe ich die Augen, bist du da? Deine Stimme mir so nah. Wenn ich mich mal verlier, find ich den Weg zurück zu dir. Dann macht's mir gar nichts aus, deine Nähe nicht zu spüren. Es macht mir gar nichts aus, bist du weit entfernt von mir. Dann stört mich gar nichts mehr, gar nichts mehr im Leben. Ich muss nur wissen, dass du mich nicht liebst, dass du mich liebst. Dass du mich nicht liebst. Dass du mich nicht liebst, Bleibt gesund und bleibt zu Hause.